Bismillah, walhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir darüber, warum wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Ladet andere ein und erinnert sie, damit sie davon profitieren, inshaAllah. Allah, der Erhabene, sagt im edlen Qur'an, Das bedeutet, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen entstand. Ihr gebietet das Gute, verwerft das Schlechte und glaubt an Allah. Diese Ayah ist aus der Surah Al-Imran. Und Abu Sa'id al-Khudri, möge Allahim gnädig sein, erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Das bedeutet, wer von euch etwas Schlechtes erfährt, der soll es mit seiner Hand verhindern. Ist er nicht in der Lage dazu, so soll er es mit seiner Zunge verhindern. Kann er es nicht verhindern, so muss er es mit seinem Herzen verabscheuen. Und das ist das Geringste, wozu er verpflichtet ist. Das wurde von Imam Muslim überliefert. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten zu den edelsten Taten gehört. Besonders in dieser Zeit, in der wir leben, wo das Schlechte zugenommen hat und die Krisen weit verbreitet sind. Der edle Islam hat uns dazu aufgerufen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen. Jedoch, innerhalb der Grenzen der Weisheit, also man muss schon weise damit umgehen. Wenn man das machen will, muss man weise sein. Denn es wird vorausgesetzt, dass das Verwerfen eines Übels, also einer Sünde, nicht zu einem größeren Übel führt. Andernfalls würde es sich um einen Umgang von einem Übel zu einem noch größeren Übel handeln. Wir wollen ja nicht noch mehr Übel, sondern weniger. Wir wollen das beseitigen. Wer weiß, dass jemand Gott ungehorsam ist und gleichzeitig weiß, dass ein Hinweis dazu führen würde, dass diese Person noch mehr sündigt, sollte schweigen. Denn das Ziel des Gebieten des Guten und Verwerfen des Schlechten ist es, das Schlechte zu beseitigen, nicht zu vermehren. Wenn das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten dazu führt, dass der Angesprochene hochmütig wird und dann noch etwas Schlimmeres begehen würde, ist es in diesem Fall besser zu schweigen. In diesem Fall muss man schweigen. In diesem Fall muss man das im Herzen verabscheuen. Diese Sünde im Herzen muss man dann verabscheuen. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns, dass wir das Gute gebieten sollen und das Schlechte verwerfen sollen. Und das ist eine Auszeichnung der islamischen Gemeinschaft. Denn Allah lobte sie dafür, dass sie das Gute gebietet und das Schlechte verwerft. Also muss man unbedingt von einer Sünde, oder anders gesagt, ist es vorausgesetzt, dass man erst dann die Sünde verwerfen muss, wenn man sie mit den Augen gesehen hat. Es kann sein, dass man eine Sünde sieht oder dass man von einer Sünde erfährt. In beiden Fällen muss man es verwerfen, wenn man dazu in der Lage ist. Und ein Teil der Muslime ist verpflichtet, das zu tun. Und manchmal ist das eine individuelle Pflicht für die Person. Also wenn man in der Lage ist, dann muss man es verwerfen, auch wenn man es selber nicht mit den Augen gesehen hat, sondern davon nur gehört hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns alle alles Gute beigebracht. Und er sagte, Also hier ist das allgemein gehalten, wer von euch erfährt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezog das nicht nur auf bestimmte Leute, dass nur bestimmte Leute das machen müssen. Er sagte nicht, wenn der Gelehrte oder der Mufti oder ein Richter das Schlechte sieht oder davon erfährt, sondern er sprach allgemein, wer von euch erfährt, das schließt den Gelehrten ein, den Mufti, den Richter, den Ingenieur, den Arzt, den Bauern und andere. Diese sind kollektiv verpflichtet, das Schlechte zu verwerfen. In einem anderen Hadith von Abdullah ibn Amr sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Also übermittelt von mir auch, wenn es nur eine Aya ist. Es wurde überliefert von Imam al-Bukhari. Hör genau zu. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Balli ru'anni, übermittelt von mir. Das ist eine Aufforderung. Wie viel sollen wir übermitteln? Der Prophet sagte, walau Aya, auch wenn es nur eine Aya ist. Also der Prophet hatte Mitgefühl mit den Muslimen und hat ihnen nicht zu viel auferlegt. Er sagte nicht, übermittelt von mir den ganzen Koran. Er sagte, auch wenn es nur eine Aya ist. Also der Hadith ist allgemein gehalten. Das bedeutet, dass wir alle verpflichtet sind, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verwerfen und mit Weisheit und guter Ermahnung zum Islam aufzurufen. Denn die islamische Gesetzgebung wurde nicht nur für die Gefährten des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart. Also wenn ich von einer Sünde erfahre, dann bin ich kollektiv verpflichtet, diese Sünde zu verwerfen, wenn ich in der Lage bin. Früher war die Angelegenheit anders. Also da haben sich die Menschen unterstützt beim Gebieten des Guten und Verwerfen des Schlechten. Aber mit der Zeit hat das abgenommen. Früher gab es einen, der hieß Khidawi Taufiq. Der schrieb einmal einen Brief an den Scheich der Azhar-Universität in Ägypten und fragte ihn, warum das Schlechte sich so ausgebreitet hat, dass nun Betrug, Täuschung, Lügen und so weiter zu sehen ist. Der Scheich des Azhar, der Azhar-Universität, antwortete ihm mit zwei Worten in ägyptischem Dialekt. Wannamali? Also und was geht mich das an? Dieser Khidawi Taufiq wurde sehr wütend und ließ den Scheich der Azhar-Universität kommen, um ihn nach dieser Antwort zu fragen. Nun, ich schreibe dir einen Brief und du sagst mir, Wannamali, was geht mich das an? Der Scheich erklärte sich dann und sagte, ich meinte damit, dass die Haltung jedes Verantwortlichen, der sagt, und was geht mich das an, zu dem geführt hat, was du jetzt an Schlechten siehst. Das bedeutet, dass, weil jeder sagt, was geht mich das an, ist das Schlechte so stark verbreitet. Wenn jeder, der Verantwortung trägt, von der Pflicht, das Gute zu gebeten und das Schlechte zu verwerfen, ablässt, mit der Ausrede, Wannamali, was geht mich das an, breitet sich das Schlechte immer weiter aus. Also das meinte er mit seiner Antwort. Die Wahrheit ist, dass die Verantwortung auf uns allen liegt, und jeder trägt in seinem bestimmten Maß Verantwortung dafür. Jeder, so wie er kann. Al-Bukhari und Imam Muslim, diese beiden Imame, überlieferten, dass Abdullah ibn Umar sagte, ich hörte den Gesandten von Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagen, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun arra'ayyatihi. Also jeder von euch ist ein Hüter, und jeder von euch trägt eine Verantwortung für das, was er hütet. Al-Imamu ra'in wa mas'ulun arra'ayyatihi. Der Imam ist ein Hüter und trägt eine Verantwortung für das, was er hütet. Der Mann ist der Hüter seiner Angehörigen und trägt gegenüber seinen Angehörigen Verantwortung. Und die Frau hütet das Haus ihres Ehemannes und trägt eine Verantwortung hierfür. Und die Frau hütet das Haus ihres Ehemannes und trägt eine Verantwortung hierfür. Und die Frau hütet das Vermögen seines Herren und trägt eine Verantwortung für das, was er hütet. Dann sagte Abdullah ibn Umar, und mir ist, als hätte er gesagt, Also der Mann hütet das Vermögen seines Vaters und trägt eine Verantwortung hierfür. Jeder von euch ist ein Hüter, und jeder von euch trägt eine Verantwortung für das, was er hütet. Also wir tragen alle Verantwortung. Wir sind alle Hüter und tragen Verantwortung für das, was unter unserer Aufsicht ist. Ein Hüter ist jemand, dem das Bewahren bestimmter Dinge anvertraut wurde. Es wird von ihm verlangt, dass er gerecht damit umgeht und gemäß dem Nutzen davon handelt. Also, liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, dass ihr den Weg der Propheten geht. Und hier ein wichtiger Hinweis. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Änderung mit der tatsächlichen Hand erfolgen muss. Die Beseitigung einer Sünde kann auch manchmal durch einen Blick geschehen. Also, manchmal reicht es aus, um eine Sünde zu verwerfen, mit einem Blick. Zum Beispiel, wenn ein Vater sein Haus betritt und seinen Sohn bei einer Sünde ertappt. ihn dann mit einem strengen Blick anschaut. Und der Vater weiß, dieser Blick reicht aus, dass der Sohn daraufhin die Sünde unterlässt und die Sünde nicht mehr wiederholt und davon ablässt. Dann wäre das ausreichend, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dieser Blick alleine reicht aus. Es kann auch durch die Zunge geschehen, indem man mit ihnen spricht, also die Leute, die eine Sünde begehen, darauf anspricht. Wie wenn zum Beispiel die Freunde von jemandem eine Sünde begehen und er auf sie einreden kann, so dass sie seinen Rat annehmen, wenn er sie anspricht. Und sie akzeptieren, wenn er die Sünde verwirft. Dann reicht es, wenn er mit ihnen spricht. Denn sie nehmen seinen Rat an und hören auf ihn. Aber manchmal kann man die Sünde weder mit der Hand noch mit der Zunge verwerfen. Was macht man dann? Dann ist man ja machtlos. Dann muss man in diesem Fall die Sünde im Herzen verabscheuen. Das heißt, dass man diese Sünde, die die anderen begehen, im Herzen ablehnt und den Ort der Sünde verlässt, wenn man keinen entschuldbaren Grund hat, dort zu bleiben, wo die Sünde begangen wird. Hilft denen, die das Gute gebieten und das Schlechte verwerfen. Denn wenn man das Gute gebietet und das Schlechte verwirft, dann wird man nicht früher sterben. Dann wird man nicht weniger zu essen haben. Jeder wird zu dem Zeitpunkt sterben, den Gott bestimmt hat. Und jeder wird die Versorgung bekommen, die Gott bestimmt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Habt keine Angst, wenn ihr das Gute gebietet und das Schlechte verwerft. Denn das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten gehören zu den Eigenschaften der Rechtschaffenden. Es ist eine Handlung, die auf Verbesserung und Rechtschaffenheit abzielt. Nicht auf Schadenfreude oder Bloßstellung. Wenn du das Gute gebietest und das Schlechte verwirfst, dann bedeutet das nicht, dass du andere herabsetzt oder bloßstellst. Wer in dieser Handlung aufrichtig für Allah handelt, dem wird großer Lohn zuteil. Wer jedoch mit einer gegenteiligen Absicht handelt, der geht hier nicht den richtigen Weg. Und wer von Allah den Erfolg bekommen hat und die Menschen zur Rechtleitung führt, der hat sehr viel Gutes erreicht. Im Buch Al-Zuhud Al-Rakaiq von Abdullah ibn al-Mubarak kommt vor, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Mu'az ibn Jabal sagte, als er ihn nach Jemen entsandte. Also er schickte ihn in den Jemen, um die Menschen zu leeren. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, la'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khayrul laka minad dunya wa ma fiha. Wahrlich, wenn Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist dies besser für dich als die ganze Welt und alles, was sich in ihr befindet. Wenn du also zum Beispiel jemanden siehst, der im Irrtum verfangen ist, indem er glaubt oder ausspricht oder tut, was eine Verachtung gegenüber Gott oder seinen Engeln oder seinen Büchern oder seinen Propheten bedeutet. Oder, wenn er gegen Gott protestiert oder Gott Körperlichkeit oder eine Richtung zuschreibt und du ihn daraufhin berätst, so dass er davon ablässt und davon Abstand nimmt und das Glaubensbekenntnis ausspricht, um in den Islam zurückzukehren, dann hast du diesen großartigen Lohn und diese immense Belohnung erlangt, die besser ist als alles, was es in dieser Welt an Genüssen gibt. Das ist großartig. Besser als, dass man diese ganze Welt und alles, was in der Welt ist, besitzen würde. Denn wie könnte es anders sein, wenn doch die Freuden dieser Welt vergänglich sind, während die Belohnung im Jenseits unendlich bleiben wird. Diese Welt hat ein Ende. Aber die Belohnung von Allah hat kein Ende. Zweifelsohne ist das Streben danach, Menschen zur Rechtheitung zu führen und sie aus den Sümpfen der Unwissenheit zu befreien und aus der Dunkelheit der Unwissenheit in das Licht des Wissens zu bringen, eine edle und eine großartige Tat und ein edles Bestreben. Es ist die Handlung der edlen Propheten. Wer von Allah den Erfolg bekommen hat, dem Weg der Propheten zu gehen, dem hat Allah viel Gutes gewollt. Also, liebe Brüder und Schwestern, dass man einen Menschen zur Rechtleitung führt, das ist bei Allah besser, als dass man diese ganze Welt besitzt und was in dieser Welt ist. Die Verwerflichkeiten in unserer Zeit, die nehmen ja immer weiter und mehr zu und verbreiten sich immer mehr und mehr. Also, das Gebieten des Guten und das Verwerfen des Schlechten ist eine notwendige Handlung, um dieses Schlechte zu verringern und zu beseitigen. Wenn wir schweigen, werden wir Schande erleben, Demütigung werden wir erleben. Aber wenn wir uns nach besten Kräften bemühen und Allah legt uns nur das auf, was wir tun können, dann hoffen wir, dass wir am Tag des jüngsten Gerichts von Allah Gutes erlangen werden. Sorry, Razi. Wenn wir schweigen, werden wir Demütigung und Schande erleiden. Aber wenn wir uns nach besten Kräften bemühen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen und Allah legt uns nur das auf, was wir tun können, dann hoffen wir, dass wir am Tag der Auferstehung von Allah großen Lohn bekommen werden. Hör dir diese Überlieferung des Prophet Muhammad an, die auf die Wichtigkeit dieser großartigen Handlung hinweist, also, dass man das Gute gebietet und das Schlechte verwirft und welche Gefahren es birgt, wenn man das unterlässt. An-Nu'man ibn Bashir möge Allah ihm gnädig sein, sagte, ich hörte den Gesandten von Allah sagen, was bedeutet, das Gleichnis der Menschen, die sich bemühen, das Schlechte zu verhindern und das Gute zu gebieten und die anderen Menschen, die Sünden begehen, es ist wie eine Gruppe von Menschen, die auf einem Schiff durch das Losen entschieden haben, wer oben und wer unten auf dem Schiff sein darf. Die Menschen im unteren Teil des Schiffes müssen jedes Mal, wenn sie Wasser holen wollen, an den Menschen im oberen Teil vorbeigehen. Um das zu verhindern, schlagen sie vor, warum machen wir nicht einfach ein Loch im Teil des Schiffes, damit wir nicht die anderen oben belästigen. Wenn die anderen sie das tun lassen, wird das ganze Schiff untergehen, dann werden alle ertrinken. Greifen sie jedoch ein und hindern die Leute unten daran, das Loch zu machen, dann werden alle gerettet. Das wurde überliefert von Imam Al-Bukhari. Gebietet das Gute, verwerft das Schlechte und vertraut dabei auf Allah und das gehört zu den Handlungen der Propheten, der Gelehrten, der Gerechtschaffenden und das wird zu sehr viel Belohnung führen von Allah, Inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.